Malermeister Härten, sie verdienen schöne Räume. Seit über einem Vierteljahrhundert sind wir ihr zuverlässiger Fachbetrieb für Maler und Fußbodenarbeiten, wie zum Beispiel Schleifen und Versiegeln von Holzfußböden, Naturwandbeschichtungen, Tapezierarbeiten oder Wand- und Treppenverkleidung mit Naturstein. Im Großraum Wismar, Rostock, Schwerin, Lübeck sind wir für Privathaushalte und gewerbliche Kunden tätig. Wir haben uns die Firma Härten geholt zum Renovieren unseres Geschäftes und auch zu Hause, denn sie liefern einfach gute Qualität ab, sind pünktlich zuverlässig und haben immer neue Ideen für uns. Einfach eine tolle Sache. Nach ihren individuellen Vorstellungen und Wünschen erarbeitet unser eingespieltes Team aus Spezialisten robuste und strapazierfähige Lösungen, die mit hochwertigen Materialien und einer langen Lebensdauer erfreuen. Kurze Ausführungszeiten, gleichbleibend hohe Qualität, Flexibilität sowie Termintreue und Kundennähe zeichnen unsere Arbeit aus. Sie verdienen schöne Räume.